Wochenend und Sonnenschein. So soll es sein. So, Paulchen bekommt heute, habe ich schon hier rein gemacht, zurecht gemacht, was Neues. Das ist hier Haarballen-Spezialcreme mit Leberwurst. Mal sehen, ob er das Essen tut. Aber ich denke, ja, was, Paul? Da geht es sich raus. Hast du ein Vögelchen gehört, was? Hast du ein Vögelchen gehört, bist gleich wieder raus. Nein, nein, mein Freund. So, jetzt ist es zu. So, hier. Der kleine Paul. Na, schmeckt es? Na, er schmatzt. Super, da kann ich es öfters kaufen. So, meine Kartoffeln kochen auch. Ich esse heute Schnitzel. Muss ich auch nicht noch machen. So, das war's. So, das war's. So, das war's.